Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es um Raspberry Pi OS auf dem PC. Ja, lohnt sich das überhaupt? Was soll das Ganze? Ja, wir gucken uns das mal an. Im Moment ist so ein Raspberry Pi ja eher schwer zu beziehen oder wenn, dann ist er doch deutlich teurer als noch vor ein paar Jahren. Also von daher lohnt sich das vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen, wenn ihr einfach mal sehen wollt, wie so ein Raspberry Pi OS aussieht, ohne einen zu kaufen. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal grundsätzlich zu dem Raspberry Pi OS auf x86, also ganz normaler PC Architektur. Was ist das überhaupt so grundlegend? Also es basiert auf Debian 11 und das gibt es bloß in der 32-Bit-Version. Dieser Desktop, der da drauf ist, der heißt Pixel und das Ganze könnt ihr euch dort runterladen. Ja, und dann könnt ihr es installieren, entweder direkt auf richtiger Hardware oder wie ich das machen werde, in Virtualbox oder einer anderen Virtualisierungs-Outware. Normalerweise läuft das Raspberry Pi OS ja auf einem Raspberry Pi, also nicht auf einem PC, sondern auf einem ARM-Prozessor. Also sowas, was ihr im Smartphone oder im Tablet drin habt. Von daher ist das eine ganz andere Ausgangslage und diese Spezialitäten, die ihr am SOM Raspberry Pi habt, also dass ihr da spezielle Chips anbringen könnt oder einfach mal einen Taster oder eine LED über diese einzelnen Pins, die nach draußen geführt werden, das könnt ihr natürlich am PC nicht machen und natürlich auch nicht mit so einer virtuellen Maschine. Also es ist schon irgendwie anders, aber das, was wir uns angucken können, ist so ein allgemeiner Eindruck von diesem Pixel-Desktop. Und das machen wir mal. Bevor es jetzt mit dem Installieren losgeht, brauche ich erstmal eine neue virtuelle Maschine. Unter Virtualbox lege ich mir die mit einem Klick auf Neu an, vergebe jetzt einen Namen. Vielleicht Raspberry Pi OS, so naheliegend. Als Typ dafür, das ist natürlich ein Linux und da haben wir in der Liste auch Debian 11 Bullseye in der 32-Bit-Version. Was das ist, nehmen wir das einfach. Dann können wir auswählen, wie viel Arbeitsspeicher wir dem zuweisen möchten. 2 GB sind jetzt vorausgewählt. Ich denke mal, das reicht auch für den Anfang. Oder, ach, ich gehe mal auf hier. 4.096 wären jetzt 4 GB in Megabyte. Prozessoren, ja, so ein Raspberry Pi, der hat ja eher so 4 Kerne. Ich gebe dem jetzt auch mal 4. Also mit den 4 GB RAM und den 4 Kernen. Das entspricht von den Größen schon so, was so ein Raspberry Pi hat. Allerdings ist so eine, ja, Virtualisierung deutlich schneller als die ARM-CPU. Ja, das ist eine andere Gewichtsklasse letztendlich. Also ich lasse das mal so. Ist natürlich nicht realistisch. Das Ganze ist sowieso nicht 1 zu 1 Vergleich, ist klar. Also vorwärts. Dann brauchen wir auch noch eine neue virtuelle Festplatte. Das entspricht quasi der SD-Karte, die ihr in Raspberry Pi reinschiebt, wo das Betriebssystem drauf ist und eure Daten. Davon bootet der denn auch hoch. Ihr könnt in den neueren Versionen von dem Raspberry Pi auch über USB booten, also einen USB-Stick reinstecken, eine USB-Festplatte anstecken oder USB-SSD. Das geht alles. Aber das entspricht dem quasi hier. Und mit 20 GB, denke ich, kommen wir auch ganz gut damit erst mal durch. Ich möchte, dass diese virtuelle Festplatte dynamisch wächst. Also wenn Daten drauf geschrieben werden, dann wächst die Datei, in der alles abgespeichert wird, auch auf der physikalischen Festplatte in meinem System, meinem Host-System. So, ja, 20 GB, wie gesagt, lassen wir vorwärts. Dann noch die Übersicht, was wir da jetzt so eingestellt haben. Sieht erst mal, ja, erst mal auf den ersten Blick gut aus. Okay, fertigstellen. Und wenn ich jetzt DVM starte, dann werde ich gefragt nach einem ISO. Das hat mich jetzt kurz verwundert, weil das ist in der 7er-Version anders als in der 6er-Version von VirtualBox. Ich kann jetzt hier was einlegen und ich habe schon hier vorausgewählt, dieses Raspberry Pi OS. Das nehmen wir. Das ist so eine ISO-Datei, könnt ihr normalerweise auf eine CD oder einen DVD brennen, falls ihr sowas noch macht. Oder auch auf einen USB-Stick schreiben, da gibt es Programme für. Aber man kann das Ganze auch direkt im VirtualBox, in das virtuelle Laufwerk einlegen und davon booten. Also einbinden und Startvorgang wiederholen. Genau, das machen wir jetzt. Und da haben wir jetzt verschiedene Optionen. Optionen, also Run with Persistence, also dass das Ganze, ja, erst mal gestartet wird und dass irgendwo Daten abgespeichert werden. Aber eigentlich möchte ich das Ganze ganz normal installieren, wie ich das auch machen würde, wenn ich das, ja, so ein Debian installiere, bloß mit einem anderen Desktop. So ungefähr ist es ja von der Art her. Ich möchte hier Graphical Install. Und dann habe ich jetzt quasi den unveränderten Debian 11 Installer, dieses Installationsprogramm, was er bei Debian auch bekommt. Und da es ja eine britische Firma ist, ist das eben auf britisches Englisch vorbelegt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich hier German, also Deutsch. Einmal weiter bitte. Dann wird dieses ISO gemountet. Dann werden noch ein paar Komponenten nachgeladen zum Partitionieren, Formatieren und sonst was. Also hier Apartment für verschiedene Dateisysteme. Das wird jetzt alles noch nachgeladen. Hier unten kann man sehen, wo das denn grün blinkt bei dieser CD, dass da Dinge von der virtuellen CD geladen werden. Jetzt können wir hier auswählen, wie wir das System partitionieren und formatieren wollen. Wir haben eine virtuelle Festplatte drin mit den 20 GB. Die ist komplett blank im Moment. Von daher würde ich sagen, wir wollen auch die ganze Disk, also die ganze Festplatte benutzen. Wir können auch noch ein LVM draufpacken, aber in diesem Setup lohnt sich das eigentlich nicht. Genauso wie hier Verschlüsselung. Das brauchen wir eigentlich nicht. Also von daher alles benutzen, was da ist. Genau, und wir haben auch bloß ein Laufwerk da. Von daher ist die Auswahl total einfach. Jetzt können wir auch noch überlegen, ob wir eine getrennte Home-Partition haben wollen für unsere Benutzer. Also deren eigene Verzeichnisse würden auf einer zusätzlichen Partition landen. Oder das Ganze kann man noch weiter aufteilen. Also in mehrere Partitionen. Aber ich würde sagen, das brauchen wir überhaupt nicht. Dann haben wir hier noch einen Überblick, was dort angelegt wird. Das sind bloß zwei Partitionen. Einmal hier mit X4 formatiert. Die Daten- und Betriebssystem-Partitionen. Die wird auch hier als Root-Dateisystem eingehängt. Also in der untersten Ebene. Und dann haben wir hier noch zusätzlich eine Partition für Swap. Die wird bloß benutzt dann, wenn der Arbeitsspeicher ausgeht und temporär was auf der Platte oder der SSD zwischengespeichert werden soll. Nachdem wir uns das jetzt angeguckt haben und das alles soweit in Ordnung ist, gehen wir hier unten drauf. Also Finish Petitioning and Write Changes to Disk. Also wir wollen jetzt das Partitionieren beenden und die Änderungen auch direkt auf die Festplatte schreiben. Dann einmal Continue. Und jetzt haben wir ja noch so eine letzte Warnung quasi. Das wird jetzt auch wirklich gemacht. Da können Daten verloren gehen. Aber da wir ja mit einer blanken Platte anfangen, können wir auch nicht wirklich was verlieren. Also Continue. Jetzt hat es noch ein bisschen gedauert und jetzt können wir auswählen, wo wir den Grub, also den Bootloader, also das erste, was gestartet wird, nachdem das BIOS durch ist, wo wir das denn installieren möchten. Der Grub, der startet nachher den Linux Kernel, also letztendlich das richtige Betriebssystem. Und jetzt werden wir gefragt, ob wir den Grub auf dem ersten Laufwerk installieren möchten. Das möchten wir. Es gibt E plus 1. Also von daher bleibt das bei Yes und dann auf Continue. Jetzt können wir nochmal auswählen, welches Gerät es gibt. Es gibt weiterhin nur eins, also von daher bleiben wir auch bei dem hier und geben das nicht per Hand ein. Wiederum Continue. Und dann müssten wir eigentlich auch gleich durch sein. So, jetzt ist es auch wirklich durch. Ich habe noch ein bisschen gedauert, vielleicht noch so zwei Minuten. Und jetzt ist das System fertig, dass wir das erste Mal davon booten können. Also nicht von der CD, sondern von der virtuellen Festplatte. Und was das Installationsprogramm auch gemacht hat, was man hier so ein bisschen sieht. Die CD ist jetzt so ausgegraut. Also sie wurde aus dem virtuellen Laufwerk ausgeschmissen. Also beim nächsten Start muss das System eigentlich auch wirklich von der Festplatte booten. Gucken wir mal, ob das wirklich klappt. Okay, es dauert doch noch einen kleinen Augenblick, weil irgendwelche Pakete noch entfernt werden, die bloß für diesen Live-Betrieb gebraucht werden. So, jetzt bootet es auch wirklich. Ja, und so sieht es dann erstmal aus. Also willkommen auf dem Raspberry Pi Desktop. Und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen einstellen. Also auf Next klicken. Und jetzt müssen wir nochmal auswählen, wo wir uns befinden. Scroll, 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 scroll. Oder? Gehen sogar Tasten? Ne. Auf G drücken lohnt sich nicht. Das geht nicht. So. Ja, der Rest stimmt. Wenn man das Land ausgewählt hat, also Sprache Deutsch, Zeitzone Berlin, genau. Englisch möchten wir nicht benutzen und auch kein US-Keyboard, keine englische Tastatur. Genau, also von daher Next. So, jetzt sollen wir einen neuen Benutzer anlegen, der sich im System anmelden kann. Und der Einfachheit halber nehme ich mal so was. Wie immer der Hinweis dazu, wenn ihr Produktivsysteme betreibt, dann nehmt natürlich sichere Passworte. Also deutlich längeres natürlich und, ja, komplizierter. Also da gibt es Passwortgeneratoren, um so was sicherer zu machen. Mal gucken, ob er das so akzeptiert. Geht sogar. Und jetzt kann ich das System einmal aktualisieren lassen. Also Software sollte man sowieso immer auf dem aktuellen Stand halten, damit das System insgesamt sicher ist und irgendwelche, ja, Fehler in Software ausgebügelt werden. Von daher lasse ich das mal sofort machen. Dann mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Es warnt ja so ein bisschen. Also das könnte große Downloads nach sich ziehen. Und hier unten bei diesen Lämmchen, da wo diese zwei Monitore sind, wenn das da rot blinkt, dann wird nach draußen geschrieben und grün heißt lesen. Also Zugriffs aufs Internet letztendlich mit Lesen und Schreiben, Lesen grün, Schreiben rot. Ist dieselbe Logik wie bei den anderen hier, genauso wie bei der Festplatte oder, ich glaube, beim Lautsprecher, also bei der Soundcard ist es genauso, bei USB und so weiter. So, jetzt waren irgendwie nochmal ein paar Sprachen installiert. So, ich denke mal, die wissen schon, was sie tun. Das wird wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen dauern, oder nicht? So ein Status-Pike, der mir irgendwie so gar keinen Status wiedergibt, der, ja, hm. Ja gut, da weiß ich jedenfalls, dass das System nicht abgestürzt ist, aber mir auch nicht wirklich. Hm, oder? Mal gucken, mal gucken. Achso, das hier scheint ein richtiger Status-Balken zu sein. Dann dauert es ja wahrscheinlich gar nicht so lange. Ja, dann wieder ein bisschen später, so geschätzt fünf Minuten, ist das System jetzt auch aktualisiert. Jetzt können wir auf OK klicken und einmal komplett neu starten. Das machen wir auch. Dann bekommt ihr sogar den ganzen Brutvorgang einmal mit. Also das Ganze ist zum Glück herrlich unspektakulär. Jetzt haben wir eine relativ kleine Auflösung dabei. Die würde ich jetzt als erstes einmal versuchen, etwas hochzusetzen. Screen-Configuration, also mit der Übersetzung, die ist, ja, nicht so ganz durchgängig, ne? Also an einigen Stellen ist es übersetzt, an anderen halt nicht. So, jetzt haben wir hier so einen Dialog. Mal gucken. Rechts drauf klicken. Und, äh, das hier passt eigentlich immer ganz gut bei meinem Setup. Wenn ich da jetzt sage, ja, okay, das Ganze geht erst nach einem Neustart. Ist irgendwie ungewöhnlich und dass er auch, ähm, nach diesem System-Update unbedingt auch einen Neustart haben will. Ja, gut. Hm. Ich sage jetzt einfach mal ja. So, jetzt haben wir das Ganze auch schon in höherer Auflösung. So, und jetzt können wir einfach mal gucken, was wir da so haben. Fangen wir von oben an. Also, Genie. Das ist erst mal, ist das ein spezieller Programmier-Editor? Kleine und schnelle Entwicklungsumgebung. Okay, aber wofür? Mal gucken. Neu, äh, 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 laden, öffnen, aus Vorlage. Achso, das ist ein allgemeiner Programmier-Editor für verschiedene Dateien. Also, PHP, Ruby, Tech. Wobei Tech ja, ähm, eine Sprache ist, um Texte zu beschreiben, die hinterher gerendert werden als PDF. als HTML oder sonst irgendwas. Dann haben wir hier HTML, C, C++, dann D, Java, Python, Waller, Erlang wahrscheinlich, Pascal. Also, das sind erst mal so verschiedene Programmiersprachen, die so von Haus aus unterstützt werden, wenn ich jetzt mal PHP mache. Okay, gut. Dann habe ich schon mal gleich hier so ein Grundgerüst mit, ähm, ja, ja, Copyright-Teil, dass das Ganze unter, wo haben wir es hier, GPL steht. Könnt ihr natürlich modifizieren, wenn ihr eigene Sachen macht, ist klar. Dann haben wir hier einen, ja, HTML-Teil. Und da können wir jetzt unsere PHP-Komponenten mit einbinden, indem wir hier, spitze Klammer auf, Fragezeichen, PHP. Das markiert den Anfang von einem Teil, der durch den PHP-Interpreter interpretiert werden soll. Und hier ist das auch wieder zu Ende. Dann kommt hier ganz einfach HTML. Das wird so ausgegeben, wie es dort steht. Und wenn ich jetzt hier so was machen wollen würde, dann könnte ich hier PHP, PHP-Info oder in... Was ist das mit Unterstrich? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. PHP-Info. Mal gucken. Ah, Moment. Ah ja, genau. Das wird wirklich so geschrieben, also ohne Unterstrich. So, und dann würde hier in diesem Bereich, der normalerweise im Browser angezeigt wird, so eine Tabelle mit verschiedenen Informationen zum PHP-Interpreter auftauchen. Wenn ich jetzt nochmal was anderes nehme, neu aus Vorlage. Hubi kann ich so gar nicht, von daher überspringe ich das mal. Wenn ich jetzt hier C++ nehme, was haben wir da? Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Beispiel, leere Funktion hier. Die Main-Funktion, die wird am Anfang aufgerufen, als allererstes, wenn das Programm ausgeführt wird. Und da könnte man jetzt irgendwie einen Text ausgeben oder sonst was machen. Dann mal gucken, was haben wir da noch? C direkt. Sieht sehr ähnlich aus. Also stdio.h, also die Header-Datei für Standard-Ein- und Ausgabe, im Gegensatz zu Iostream. Bei C++. Dann mal gucken. Ich klicke mich da einfach mal durch. Die kenne ich insofern nicht. Ja, das ist auch... Ja, sieht so ein bisschen C-artig aus. Genau. Irgendwie anders. Dann, was haben wir noch? Java. Auch machen wir mal Python hier. Da haben wir sowas auch. Da haben wir auch wieder so eine Main-Funktion. Können wir dann auch wiederum erweitern und damit Dinge tun. Und... Was haben wir da noch? Also verschiedene Sprachen werden dort wahrscheinlich unterstützt. Und wenn ich jetzt was kompilieren möchte, muss ich natürlich hier irgendwas nehmen, was auch kompilierbar ist. Ich speichere das jetzt einfach mal. Schwupp. Und... Also kann hier noch ein Tick größer... So, jetzt ist auch alles... Genau. Jetzt ist auch alles drauf. Wenn ich das Ganze jetzt einmal kompilieren möchte, geht das einfach so. Erfolgreich beendet. Und wenn ich jetzt hier... Hier, hier, hier... Build, Compile... Build, Compile... Make, Make, Execute... So, da dürfte nichts passieren. Genau, ich habe hier keine Ausgabe. So, und damit wir jetzt noch ein bisschen was sehen können... Einfach mal so einen Text ausgeben. Std, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Cout, und... So, und natürlich noch ein Semikolon dahinter. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal ausführe... Also dann muss ich hier extra einmal kompilieren und bauen und darf es dann ausführen. Genau, und dann steht da auch... Ja, hallo Welt. Also da habe ich dann mit hier Genie, eine einfache Entwicklungsumgebung, mit der ich vielfältige Projekte machen kann in verschiedenen, ja, Programmier- und Skriptsprachen. Genau, möchte ich nicht speichern. Und dann gucken wir nochmal weiter. Mu oder Müh? Vielleicht Müh, weil es so klein ist. Dann, was habe ich hier? Verschiedene Dinge. GPC-Microbit. Den habe ich immer noch rumliegen und noch nicht wirklich angeguckt. Ja, Adafruit. Pug-Game. Spiele erstellen. Mal gucken. Mal gucken, wie wir da so betüdelt werden. Schreibe deinen Code. Okay, gut. Dafür müsste man es wahrscheinlich können. Modus. Also. Laden, speichern, spielen. Schriften, Geräusche. Musik. Bilder. Schreibe hier deinen Code. Ja. Also. Da ich mich nicht damit auskenne. Und. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht selbsterklärend. Da braucht man irgendwelche Schulungsmaterialien noch dafür, damit man damit irgendwas machen kann. Also von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie gut, schlecht oder sonst was ist. Also ich kenne mich nicht aus. Was haben wir noch? Dann haben wir ja Scratch. Kenne ich mehr oder weniger bloß vom Hörensagen, beziehungsweise von irgendwelchen Berichten darüber. Das ist eine Entwicklungsumgebung, die sich eher an Kinder richtet, an jüngere Kinder, die damit erste Programmiererfahrungen sammeln sollen. Und. Hm. Hallo? Ich glaube, da tut sich jetzt nichts mehr. Mal gucken, wenn ich das einmal hier, wenn ich das bei so aufrufe. Okay, also das funktioniert nicht. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken, ob ich das jetzt nachinstalliert kriege. VC Gen. Na gut, das ist ein bisschen zu viel. Mal gucken. Keine Ahnung, wozu es gehört. Also Scratch erstmal, das kratzt nicht. Okay, nehmen wir das nächste, gucken wir uns das mal an. Das ist so ein, ja, Head. Da kann verschiedene Dinge wohl machen. Temperatur, Sensor, Luftdruck, Feuchtigkeit. Und was kann ich hier? Orientation. Hm. Hoch, runter, linken. Ja, was macht man hier mit? Open Sample. Okay. Ach so, okay. Ah, okay. Also das verbindet jetzt hier einen weiteren Python-Editor mit dem, mit diesem Head, also mit diesem Aufsteckboard. Hier sind diese kleinen Löcher. Die steckt man auf diese Pins, die aus dem Raspberry Pi rauskommen, einfach drauf. Und dann hat man hier so ein LED-Feld, denke ich mal. Und verschiedene Sensoren. So, und wenn ich das Ganze jetzt einmal starte, ah, okay, dann habe ich hier so ein Skript, was die Feuchtigkeit wohl einfach ausliest, dann das irgendwie teilt und dann einzelne Pixel setzt. So, wenn ich jetzt hier mal bei der Feuchtigkeit hochgehe, auf 100%, dann sind alle von diesen 64 LEDs an. Und wenn ich da runtergehe, dann gehen sie entsprechend auch aus. So, und das wird wahrscheinlich ein ähnliches Verhalten sein, wie wenn man jetzt die echte Hardware hätte. Also hier kann man wirklich schon mal was ausprobieren. Und da die auch Beispiele mit dabei haben. Ja, ähm, einmal Stopp. Wie habe ich das hier gemacht? Einmal zu und nächstes. Ach so, Temperatur gibt es auch noch. Irgendwie zwischenschwierig und besonders fortschrittlich. Ja, Rainbow. Gib mir einen Regen. Ach, das kann sogar Farbe. Okay, gut. Also das sind nicht einfach, ähm, ja, LEDs, die an und aus sind in grün, sondern das sind RGB-LEDs, die auch wirklich hier Farbe können. Und da haben die ja so eine Liste mit verschiedenen, ja, Farbwerten oder mit verschiedenen Helligkeitswerten. Und daraus wird dann hier eine Farbe berechnet und dann läuft das durch wie ein Regenbogen. Also das ist schon mal eine ganz coole Sache. Das kann man auch wirklich ausprobieren. Und das hat auch einen Bezug quasi zu dem richtigen, ja, Produkt. Jetzt haben wir hier noch Sonic Pi. Da kann man irgendwie, ähm, programmieren, lernen mit Musik. Beziehungsweise. Beziehungsweise auch nicht. Hm. Ja, vielleicht ist das jetzt auch ein Problem mit der virtuellen Maschine. Aber eigentlich eine Soundkarte ist ja drin. Keine Ahnung. So, was haben wir noch? Tony, den haben wir ja gerade eben schon mal gesehen. Dann haben wir noch Smart Sim. Ja. Hm, hm. Was haben wir hier? User Plug. Okay. Elemente vom Menü aus hinzufügen. Also was hätten wir da? Also damit kann man, ja, quasi Schaltkreise entwickeln und auch hinterher testen. Aber, haben wir hier schon mal irgendwas? Memory? Hier. Aha. New Project. Direkt. Hm. Einfach was reinziehen kann ich nicht. Ja, gut. Also das wäre auch so was, womit man sich wahrscheinlich mal länger auseinandersetzen müsste, wenn es einen interessiert. Also das ist auch wiederum nicht selbsterklärend. Also von daher lasse ich das jetzt auch mal. Ja, Internet, Chromium Browser, das ist irgendwie selbsterklärend. Kennt man. Gibt viele Browser, die auf derselben Engine funktionieren. Die, die auch benutzen, sowas wie Brave und der Chrom Browser und viele, viele weitere mehr. ClauseMail ist ein relativ einfacher Mail-Client. Sowas wie Thunderbird. Bloß in einfacher. Funktioniert auch ganz gut. Und ja, VLC kann man Videos mit abspielen. Dann haben wir hier noch einen Bildbetrachter. Ja, relativ einfachen. Da kann man irgendwelche Bilder mit angucken. Mal gucken, ob ich hier Einstellungen. Löschen, Speichern. Ah, Datei öffnen. Hatten wir nicht schon hier Images? Genau. Das Alien hatten wir schon mal. Ja, und damit kann man sich dann Bilder angucken. Wenn ich auf die Leertaste drücke, kommt das nächste Bild aus dem selben Verzeichnis. Dann, was sagen wir noch? Grafik. Achso, Büro habe ich übersprungen. Aber LibreOffice kennt ihr ja insofern. Und das brauche ich, glaube ich, nicht zu zeigen. Was haben wir hier? Boing? Boing. Muss ich da mal? Achso. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist hier, ähm, 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 wie heißt das? Pong? Pong ist das doch. Genau. Hüpp. Und hüpp. Ja, ja gut. Muss man natürlich können, aber das geht schon mal. Was haben wir hier noch? Banner. Ah, das sieht aus wie Frogger. Oha, ich bin so schlecht in solchen Sachen. Und schon ist der Hase kaputt. Hilfe! Ja, ähm, könnt ihr auch spielen, müsst ihr aber können. Sollen wir dann noch cavern? Und jetzt bin ich, achso. Ähm, muss ich einfach, achso. Ähm, ähm, ähm. Achso, äh. Äh, echt, äh, überhaupt. Okay, äh, irgendwie, wie kann ich springen? Ah, springen, fall nach oben. Wir kommen im, ja, bei einem Let's Play, was ich nicht kann. Dann, ähm, was haben wir hier noch? Marriott Pod. Achso, das ist, äh, sieht aus wie Snake. Und Sokka. Fußball. Aha, aha, okay. Ah, Hilfe. Äh, ja gut. Ey, ein Tor. Aber, ich glaube, für die Falschen. Ja. Ähm, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Zubehör. Taschenrechner, denke ich mir, den hat nur, achso, der Raspberry Pi Imager. Da gucken wir noch mal rein. Betriebssystem auswählen. Ah, okay. Dann könnte ich hier mir aus dem Internet so ein Image runterladen, was dann auf einer SD-Karte geschrieben wird. Und, ne ganz gute Sache eigentlich. Was haben wir hier noch? Ah, mal ein bisschen hoch und runter scrollt, dann wird es auch aufgebaut. Da gibt es das Raspberry Pi OS, also das für den richtigen Raspberry Pi in verschiedenen Versionen. Also eine Lite-Version, wo, ja, kein Desktop mit bei ist. Dann gibt es hier so eine Vollversion, wo auch, ja, der Desktop bei ist, also den wir jetzt gesehen haben. Und viele empfohlene Programme. Und dann gibt es die 64-Bit-Version dafür, für Raspberry Pi 3.4 und den P400. Ja, und dann gibt es noch hier die Legacy-Version für, ja, ältere Versionen und welche, die, ähm, was war das? Die irgendwie Python 2 irgendwas noch brauchen oder irgendwie so, also für ältere Dinge. Also, was haben wir da noch? Achso, zurück zum Hauptmenü. Dann haben wir hier noch, was haben wir da? General Purpose. Ubuntu. Manjaro. Pertis. RISC OS. Okay, gut, da gibt es nicht so viele Auswahl. Manjaro, Ubuntu. Ja, mhm, mhm, mhm. Achso, geht gerade nicht. Media Player OS. LibreElec und OSMC und Volumio. Da kann man irgendwie Musik mit streamen. Dann haben wir hier noch Emulation, RetroPie. Das habe ich vor Jahren mal benutzt für unsere Kilo, Open Source und Linux Tage. Da hatte ich dann einen vorbereitet und dann habe ich auch so einen alten Röhrenfernseher angeschlossen. Das kam eigentlich ganz gut an. Dann haben wir Recallbox. Unterstützt mehr als 100 verschiedene Spielsysteme. Also das emuliert alle möglichen Plattformen wie hier wahrscheinlich Super Nintendo und Co. Und ja, wenn man die Images dafür hat von den, von diesen Cartridges oder wie die heißen, dann kann man das auch darauf spielen. Und nochmal, Lackern, kenne ich nicht. Was haben wir denn hier noch drunter? 3D-Druck. Ups, hast du hier gesehen? Ah, okay. Kali Linux. Full-Page-OS. Display a Full-Page-Browser und boot in Kiosk-Mode. Achso, auch nicht schlecht. Moodlebox. Ja gut. Da kann man sich was auswählen und mal gucken. Das müsste jetzt eigentlich leer bleiben, weil ich ja keinen Kartenleser dran habe. Also kann ich auch keine SD-Karte schreiben. Also, ja genau. Keine Ahnung, ob das überhaupt gehen würde, wenn ich jetzt an meine virtuelle Maschine einen USB-Kartenleser durchreiche. Kann funktionieren, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich ist es dafür ja auch nicht gedacht. Das sollte man wirklich auf dem Raspberry Pi machen. Der ist dafür auch gebaut und da kann man das auch wirklich so machen, wie es gedacht ist. Noch ein letzter Blick hier rein. Was haben wir hier noch? Damit kann ich SD-Karten kopieren. Wenn ich jetzt schon, ja, Raspberry Pi eingerichtet habe, dann kann ich die SD-Karte wahrscheinlich nehmen und auf eine andere drauf kopieren. Und dann in den nächsten Raspberry Pi reinstecken und dann habe ich dasselbe System. Hier habe ich, ja, die Laufwerke, die ich in meiner virtuellen Maschine habe. Also die Festplatte und das CD-ROM-Laufwerk drauf und das CD-ROM-Laufwerk da drin. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Mal gucken, wenn ich das jetzt versuche, auf das CD-ROM-Laufwerk zu klonen. Ja, ja, der Inhalt von der CD-ROM wird auf jeden Fall gelöscht. Ja, ich bin total sicher. Natürlich kann es nicht schreiben. Ja, also das sind alles Sachen, die man auf dem richtigen Raspberry Pi OS mit dem Raspberry Pi mal genauer sich angucken sollte, weil man es braucht. Ist ganz interessant. Und ich denke mal, die Fehler, die ich hier jetzt hatte, dass der Sonic Pi nicht läuft und Scratch nicht läuft, das ist hier nicht richtig eingerichtet. Oder das läuft vielleicht generell nicht. Ich weiß es nicht. So, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Wieder ein paar Einblicke gegeben, was man mit Linux und in diesem Fall dem Raspberry Pi OS auf PC machen kann oder eben auch nicht. Ja, macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten hier Glocke drücken, abonnieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal und tschüss.